Charlie Wilcox hat einen schlechten Tag gehabt, aber Hilfe aus einer fremden Galaxie ist bereits unterwegs. Ich will dir Apartment mieten. Der Ritter aus dem All. Schätzchen, du hast Besuch? Es ist Hulk Hogan, wie ihr ihn noch nie gesehen habt. Er beherrscht das Skateboard, kleine Kinder und dreiste Nachbarn. Doch nur der Postbote. Charlie Wilcox hat den Problemlöser für alle Tage entdeckt. Setzen Sie sich oder hinterlassen Sie sich. Ich sagte, setzen Sie sich und zwar hier drin. Kapiert, Mister? Manchmal übertreibe ich es ein bisschen. Ich bin Ihr Vermieter, Sie bekommen sogar ein Stück Seife gratis. Die Zielscheibe intergalaktischer Kopfgeldjäger zu sein, ist nicht mein Stil. Ich wurde heute sogar tiefgefroren. Hulk Hogan und Christopher Lloyd in Der Ritter aus dem All. Kannst du dir ausmalen, was wir mit dir anstellen? Ihr werdet mir einen Pfund reinhauen. Sag mal, hast du sie nicht alle? Das ist doch kindisch. Wir verklagen dich. Der Ritter aus dem All. In Kürze in dieser Galaxie.